Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Die Römer hatten ein schönes Wort dafür. Miraculum, Wunder. Finden Sie nicht auch? Das ist ein bezauberndes Wort. Wir nehmen es in den Mund, besser gesagt, wir denken daran, wenn es uns die Sprache verschlägt oder wenn wir vor einem Rätsel stehen. Wenn möglich wird, was für unmöglich gilt. Meine Gäste heute Nachmittag haben Wunder erlebt. Carola behauptet, sie hörte ganz klar die Stimme Gottes im Wald. Dass Nina heute hier sitzt, ist für sie ein Wunder. Denn sie hat 2004 den Tsunami überlebt. Haben wir uns nicht alle schon mal gewünscht, das Wetter beeinflussen zu können? Unmöglich? Rhein hat behauptet, es geht. Florian meint, das Hirn ist so kreativ. Wir sollten unseren Sinnen nicht immer alles glauben. Dass er heute so lebt, wie er lebt, hat Franz den unerklärlichen Zeichen zu verdanken, die er erhalten hat. Roland ist Realist, sein Arbeitsplatz ist aber ein Wahlfahrtsort. Wie das zusammenpasst, wird uns erzählen. Und im Studio begrüße ich unseren Experten, Mag. Dr. Martin Fehlinger, den wir heute fragen werden, ob es zwischen Himmel und Erde quasi eine Erklärung gibt von der Wissenschaft her. Du bist klinischer und Gesundheitspsychologe. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen euch. So, ein Wunder, dass wir es geschafft haben, heute hier zusammenzukommen. Vielleicht als Eröffnungsrunde würde ich gerne euch fragen, wie es mit dem Thema Glauben steht. Ich fange gleich mal mit dir, Franz, an. Ja, das ist ganz einfach. Ich lebe auf einem Land und am Land ist es noch etwas leichter. Die Eltern haben mehr Zeit, mit den Kindern einfach zu verbringen. Und immer einmal kommt auch das Thema Glauben dann zur Erklärung oder zum Gespräch. Ich bin natürlich aufgewachsen wie jeder andere. Aber Kirchen war bei uns das Hauptthema am Sonntag. Das hat uns auch immer taugt. Nicht wegen der Kirchen, sondern wegen dem Würstchen und dem Himbeerkracher natürlich. Aber das ist halt. Als Kind empfindet man das alles ganz irgendwie nebenbei. Aber es ist ein sehr wichtiger Grundstock, was man als Kind kriegen muss, dass man eben später daraus auch noch schöpfen kann. Carola, bist du religiös erzogen worden bzw. glaubst du an einen Gott? Sehr. Und als Kind war es etwas Besonderes, mit dem Papa in die Kirche zu gehen. Ich war die Dritte von sechs. Und wer kriegt jetzt die Hand vom Papa in die Kirche? Aber dann als Teenager war es uninteressant. Und dann war ich 44, wo ich gefragt habe, Herr, war das jetzt alles? Ich hatte also eine wunderbare Ehe, drei gesunde Kinder und ein Haus und ein schöner Reisen. Aber da muss doch noch viel mehr sein. Und das habe ich gesucht und Gott sei Dank gefunden. Gut. Wir werden auch gleich darüber reden. Florian. Ich bin aufgewachsen im katholisch geprägten Müllviertel. Bin Physiker. Das heißt, dass mein Weltbild eher eben naturwissenschaftlich rational geprägt ist. Und ich glaube, da muss gar nicht unbedingt ein Widerspruch entstehen. Das heißt, glaube schon. Ein bisschen was ist da. Da könnte man jetzt lange diskutieren. Nein, spielt für mich in Wirklichkeit keine Rolle. Ich sehe die Welt als etwas, was man verstehen kann mit Wissenschaft. Das heißt aber nicht, dass es nicht wunderbare Dinge gibt im Universum und dass wir das Staunen, das ganz tief in uns steckt, nicht zelebrieren sollen. Und zusätzlich natürlich gibt es auch solche Dinge wie Feste, die religiös sein können, wie Gemeinschaft. Dinge, die ganz wichtig sind für uns. Und das soll man auf keinen Fall geringschätzen. Vielleicht werden wir das anhand der Beispiele dann noch genauer diskutieren. Nina, glaubst du, hast du an Wunder immer geglaubt? Ich bin katholisch erzogen worden, habe eine Schule besucht, der Erzdiözese Wien. Und bin schon gläubig, aber nicht sehr intensiv. Ich bin keine Kirchengeherin. Ich habe mir vielleicht das herausgepickt, was ich für sinnvoll erachte im Glauben, im Glauben an Gott oder in einer Religion. Aber mehr ist dann nicht. Ganz intensiv ist es nicht. Der Reinhard? Ja, ähnlich wie meine Vorrednerinnen und Vorredner. Ich bin auch christlich erzogen worden, habe während meiner Schulzeit eigentlich das, bin da tief eingetaucht und habe mich aber dann durch die Ausbildung, durch meinen Beruf als Bauer weiterentwickelt und ich sicher hätte, dass die Welt oder das Universum ein einziger, lebendiger, beseelter Organismus ist. Da bin ich beim Florian. Ich glaube, man könnte alles erklären. Nur ist die Welt und das Universum so komplex, dass wir es mit unserem Verstand einfach nicht greifen können. Und der Roland? Ja, ich bin eigentlich klassisch aufgewachsen wie jeder 90 Prozent unserer Jugendlichen oder in meinem Alter halt. Also normal getauft worden, ab und zu am Sonntag in die Kirche und bin eigentlich vor zehn Jahren, nachdem ich das Gosthaus übernommen habe von meinen Eltern, wieder in den Walfahrtsort zurückgekommen und seitdem befasst mich mehr mit dem Glauben oder ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Sonntag in die Kirche geht, geht es ja zeitmäßig nicht aus, aber man befasst sich dann automatisch mehr mit der ganzen... Aber glaubst du an Wunder oder erklärst du das rational? Ich glaube, für mich ist Wunder teilweise eine sehr persönliche Sache. Eben für den einen kann das ein Wunder sein oder ein Wunder darstellen, aber für den anderen lässt du das hinterfragen oder der hat immer eine Antwort drauf, eine ganz rationale. Es ist eine sehr persönliche Sache. Eben wir glauben. Der eine glaubt an diesen Gott, der eine an diesen Gott. Aber glaubst du, dass die, die an Wunder glauben, eher Wunder erleben oder oft, dass die geläuterten Menschen sind, die nie daran geglaubt haben, dann passiert etwas Arges in ihrem Leben, eben ein Wunder und dann glauben sie erst? Nein, ich glaube, man muss schon ein bisschen das in sich mittragen, mitbringen. Also wenn man von Haus aus alles hinterfragt und alles hat es nahe, wird man das wahrscheinlich nie so, also auch nicht so intensiv erleben wie jemand, der an das glaubt oder jemand erwartet. Weil man eben, man immer hinterfragt alles, man sucht die Antwort woanders und nicht vielleicht in der momentanen Situation. Und oft verwendet man ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, den Begriff ja so ein bisschen flapsig, wenn man einen Parkplatz sucht und dann sagt man, das war Wunder, dass ich das angekriegt habe. Aber das, worüber wir heute reden, Carola, ist ja auch ein bisschen was anderes. Du sagst das, was du erlebt hast und jetzt bitte ich dich um deine Geschichte und ihr könnt es gerne dann hinterfragen, was hast du erlebt? Also da muss ich euch nach Afrika entführen und ich habe in einer Mission gearbeitet und wir Weißen, waren nur fünf, sollten nie allein die Mission verlassen, sondern immer auch schon wegen der Sprache einen Einheimischen mitnehmen. Und da habe ich meine Schülerin gefragt. Wann war das? In welchem Jahr? Vor acht Jahren. Kommst du mit? Ja, Mama, natürlich. Und wir sind losgefahren und fünf Kilometer nach der Mission, viele Flacklöcher, plötzlich ein Sturm und ein Regen, dass man fast nichts gesehen hat. Und ich sehe nur noch, wie ein vollgeladener Lastwagen frontal auf uns zukommt. Und jetzt muss ich erzählen, was man mir weitererzählt hat. Das Auto hat sich überschlagen, war im Graben und es hält, das erste Wunder, ein Auto und steigt ein Afrikaner mit Anzug und Krawatte aus, geht zu unserem Auto und holt die schwer verletzte Stelle, die durch den Gurt so verletzt war aus dem Auto, beruhigt sie, trägt sie in sein Auto, holt meine Tasche, trägt sie in sein Auto und dann, nächstes Wunder, der ganze Motorblock war auf mir drauf und ich war natürlich bewusstlos, ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, ich hatte eine gequetschte Lunge, ein zertrümmertes Schlüsselbein, ein Oberarmbruch, ein Fußbruch, drei Rippen gebrochen und er zieht mich aus dem Motorblock raus, also dass ich das überlebt habe, trägt mich 70 Kilo schwer in sein Auto, bringt mich ins nächste Krankenhaus nach dem Kono, legt mich dort auf eine Bank und das ist ein altes englisches Krankenhaus, wo so eine Rampe hinauf geht und er hat mich diese ganze Rampe raufgetragen und oben auf einer Sitzbank gelegt und dann kommt der Chefarzt und sagt, fahr weg mit der weißen, weil die stirbt jetzt hier und dann kriege ich keine Patienten mehr ins Krankenhaus und der Engel, ich sage jetzt Engel zu diesem Afrikaner, sagt, I did my job und geht. Und da wird die Stella lebendig und weiß, dass in meiner Tasche das Handy ist und ruft in der Mission an, es kommen zwei Autos, meine Schüler tragen mich, der Arm hat ein eigener Schüler getragen und in sein Auto und fahren mich nach Kampala ins internationale Krankenhaus und da, der Unfall war um elf Uhr vormittag, um sechs Uhr am Abend wache ich auf und rufe, hilft mir doch, hilft mir doch, ich war am ersticken, weil die Lunge war voll gequetscht. Helft mir doch, dann haben sie mir eine Sauerstoffmaske und ich habe das Zischen hören, aber ich habe einfach keine Luft mehr gekriegt und Panik, meine Familie, ich bin irgendwo in Afrika, niemand weiß, Hilfe und dann passiert etwas, was das wirkliche Wunder war. Das Schlimme waren die Schmerzen, nicht nur, dass ich keine Luft gekriegt habe, aber ich hatte so entsetzliche Schmerzen und keine Luft und auf einmal werde ich schwebend, himmlisch schwebend, ohne irgendeinen Schmerz und ich weiß, dass Jesus neben mir steht. So klar, ich weiß, er steht da und ich höre, wie er sagt, give me your burdens, also gib mir, was dich belastet und dann sehe ich mich schwebend, die Arme nach vorne, vollgepackt mit Paketen und ich sehe seine Hände, wie er ein Paket nach dem anderen herausnimmt und das letzte große Paket, das er wegnimmt, da stand Family drauf und er nimmt Family weg und da weiß ich, jetzt kann ich sterben und das war so schön, unbeschreiblich schwebend, schön. Dann Türen knallen, hold on, ein Schlag und Krach und dann ist wieder ein Wunder passiert. Ein Lungenarzt ist aus der Stadt Kampala um drei Uhr in der Nacht in sein Auto gestiegen und ins internationale Krankenhaus gefahren. In der Nacht fährt niemand in Kampala, außer gefährliche Leute. Er ist gekommen und hat da eine Kanüle hinein und Wasser und Blut ist abgeronnen und wieder ein Wunder, die Lunge ist aufgegangen und ich war am Leben. Du würdest sagen, Florian, das sind vielleicht, also das ist Schicksal, Zufall, Glück und kein Wunder. Ja, zunächst, als Wunder würde ich das schon sehen. Das ist eine wunderbare Geschichte, über die wir uns alle wundern. Ich würde es jetzt nur nicht als Wunder sehen im Sinn von etwas, was den Naturgesetzen widerspricht. Was du jetzt beschreibst, das sind ganz individuelle Gefühle, die ich sehr, sehr wertschätze und das ist eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, etwas Wunderbares. Das Einzige, wo ich dann ein bisschen Bauchschmerzen habe als Wissenschaftler, ist, wenn man sagt, das ist irgendwie etwas Übernatürliches. Oder etwas, was rational nicht erklärbar ist. Aber wieso glaubst du, dass ich so klar Jesus das Stehen gesehen habe? Naja. Ganz, das war so selbstverständlich, das war klar. Und ja, ich bin ein Christ und ich lese die Bibel, aber wieso war das so klar? Ja, da muss ja eine Kraft sein, die mir das gesagt hat. Da bin ich nicht sicher. Obwohl ich halb tot war. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht schlecht reden, verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich glaube, dass die Geschichte, so wie du sie erzählst, für dich wahr ist und sich wunderbar anfühlt. Und das möchte ich jetzt auf keine Weise in irgendeiner Form entwerten. Aber natürlich kann man jetzt sagen, in so einer Extremsituation, wie in der, in der du warst, macht unser Hirn, machen wir, macht unser Geist Dinge, die wir uns nicht erklären können. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns aus der eigenen Erfahrung. Vielleicht nicht in der radikalen Form, wie es du erlebt hast. Aber wir alle wissen, wenn es uns vielleicht ganz schlecht geht, wenn wir in Panik sind, wenn wir in großer Gefahr sind, wenn es uns vielleicht auch körperlich schlecht geht, dann erleben wir Sachen, wo wir dann rückblickend eigentlich sagen, na Moment, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, das ist zwar so in meinem Gedächtnis, aber das kann nicht so ganz gewesen sein. Das ist nicht, weil man unaufmerksam war oder weil man sich was einredet oder gar, weil man nicht schlau genug ist oder sowas, Blödsinn. Nein, sondern das ist einfach, so funktionieren wir Menschen. Der Franz will was sagen. Also ich würde sagen, das hat mit Schlauheit oder sowas überhaupt nichts zu tun. Nein, gar nichts. In deinem Beruf natürlich ist es Pflicht, alles zu hinterfragen. Aber grundsätzlich, so ein Erlebnis, wie es ich gehabt habe, da steht nichts mehr daneben, was man hinterfragen kann. Das ist Fakt. Ich würde das jetzt auch die Geschichte so nehmen, wie sie ist. Der einzige Punkt, wo ich dann eben nicht zustimme, ist, wenn man sagt, da ist jetzt wirklich physisch irgendwie Jesus neben dem Krankenbett gestanden. Da sage ich, nein, das genügt mir nicht ganz. Aber es ist auch nicht wichtig für die Geschichte. Wie kann man so einen Hirnzustand erklären, was du vorher gesagt hast? Dass man dann im Hirn das irgendwie da denkt und dann irgendwie dann sagt, ach, es war anders. Wie erklärt man das in der Wissenschaft? Man kann es schon erklären, die Frage ist, bringt es was? Lassen wir die Carola noch. Ich glaube eben an einen Schöpfer, der mir das ... Und da wäre ja ungeschickt Gott, wenn er uns macht und nicht einen Input hineintut, der dann wirklich auch uns fähig macht, zu glauben. Wieso sollen wir überhaupt glauben können? Ich glaube, es ist auch ganz egal, was es ist. Jeder muss für sich finden, also die Antwort finden oder die Lösung für sein Problem finden. Und das Hirn macht wirklich in gewissen Situationen andere Dinge, als man vorher vermuten würde. Das ist genauso, wie wenn man einen Schock erleidet und manches nicht, den Schmerz nicht spürt. So habe ich auch festgestellt, so macht das Hirn in einer Notsituation ein anderes Programm. Das finde ich, wäre eine Erklärung dafür, dass man sagt, man sieht etwas, man fühlt etwas, es passiert irgendetwas mit einem, was eben neu ist und man sich für sich selber nicht erklären kann, weil man es so noch nicht erlebt hat. Aber es ist gut rausgegangen. Warum ist das so? Das ist die Antwort auf seine Frage. Vielleicht ist das deshalb so, weil wir damit dazu aufgefordert werden, von wem auch immer, Lebenswillen zu zeigen, wieder dem Leben bejahend gegenüber zu stehen und Motivation zu bekommen, um weiterzutun und nicht aufzugeben. Aber da sind wir dann wieder bei der Frage, Schöpfer oder nicht, wenn wir von wem auch immer, wie du gerade gesagt hast, einen Weitergeist kriegen. Oder einen eingeflößt kriegen. Nina, vielleicht magst du uns auch gleich deine Geschichte erzählen, was dir passiert ist. Du hast 2004 diesen schrecklichen Tsunami überlebt. Aber vielleicht magst du uns erzählen, was davor passiert ist. Ich war in Kaulak auf Urlaub, bin am 24. Dezember dort angereist, war glücklich über dieses schöne Ressort und habe mich auf einen tollen Urlaub gefreut. Und habe dann eben Glück gehabt. Und ich sehe das als Glück, weil es passieren so viele Naturkatastrophen. Und ob es jetzt Großbrände sind, Erdbeben sind, irgendwo passiert etwas. Ein Teil der Menschheit stirbt dabei, andere überleben und haben Glück gehabt. Glück im Unglück. Aber das ist jetzt für jeden ein persönliches Wunder, aber kein großes Wunder, weil es kann nicht immer alle gleich sterben. Und bei mir war das große Glück, dass ich mehrfach Glück, auch wie die Carola zuerst sagt, es war ein kleines Wunder, ein kleines und ein großes. Ich habe verschlafen, weil das Zimmermädchen am Abend die Vorhänge zugezogen hat und ich bin das nicht gewohnt. Ich habe es gern hell. Wenn ich munter war, bam. Also so spät, so lang geschlafen. Wollte zum Frühstück gehen. Wir haben dann beschlossen, wir gehen frühstücken. Hat sich ein bisschen verzögert. Wir hätten einen Termin gehabt im Massagebereich. Den haben wir dann nicht wahrnehmen können, weil auf einmal das Telefon geläutet hat und die Reiseleiterin sich gemeldet hat, sie ist schon im Hotel. Und sie würde uns zudem verfrüht, wenn es geht, zu dieser Sonderreise, Ausflugsreise dabei gerne treffen. Und ich sage so, jetzt haben wir verschlafen. Frühstück geht sich nicht mehr aus. Massage ist hinten nach. Da kommen wir halt ein paar Minuten spät, aber jetzt gehen wir in die Rezeption. Und du musst nicht mitgehen. Du musst nicht mitgehen. Ich mache das jetzt aus, diesen Ausflug und gehe. Und mir ist trotzdem mit mir mitgegangen. Auch ein großes Glück. Denn im Frühstücksbereich hätten wir nicht überlebt. Im Massagebereich hätten wir nicht überlebt. Die Reiseleiterin ist zum Glück zu früh gekommen. Darum waren wir um die Zeit im Rezeptionsbereich. Und dort haben wir überleben können. Und dann auf dem Dach von dem Haus, das natürlich 300, 400 Meter weiter weg vom Strand ist. Bei uns im Hotel waren von 600 Personen 550 tot. Und wir haben es beide überlebt. Aber ihr wart dabei, als die Welle kam? Wir waren im Wasser, mittendrin. Nicht nur dabei. Man hat ja damals, da haben ja sehr viele Berichte gab es damals, dass ganz weit weg draußen war, ein weißer Strich. Und Tsunami kannten ja viele nicht. Niemand hat gewusst, was das ist. Wir haben es nicht gewusst. Und wir haben auch den weißen Streifen nicht gesehen. Sondern als wir in dem Rezeptionsfoyer gesessen sind mit der Reiseleiterin, war auf einmal irgendetwas komisch. Leise, zu leise, keine Ahnung. Wir sind nur aufgesprungen und haben von der Plattform über dieses Ressort hinunter zum Meer hinunter geschaut. Und da war eine Wasserwand direkt am Strand, höher als die Palmen. Und diese Wand ist auf uns zugekommen. Und hat sich eigentlich erst im Ressortgelände überschlagen. Und hat dann diese Wassermenge, hat das ganze Hotelrezeptionsgebäude, alles ausgeschwemmt. Und da haben wir die Chance gehabt, aufs Dach zu kommen. Auch wieder Glück, dass wir einfach später aufgestanden sind. Glück, dass wir nicht bei der Massage waren, dass wir nicht beim Frühstück waren. Und dass die Reiseleiterin früher gekommen ist. Oder ein Wunder. Oder ein Wunder. Oder ist es einfach nur eine andere Bezeichnung? Eine andere Bezeichnung vielleicht. Weil sonst müsste ich sagen, die anderen 50 haben auch ein Wunder erlebt. Und ja, Reinhard, was denkst du, dass du jetzt gerade so genickt hast? Also ist das für dich Glück, Schicksal? Es sind zwei Begriffe. Glück, Wunder. Und ich denke einfach, es sind unerklärliche Phänomene. Wir können es aus der heutigen Sicht mit unserem Hirn, mit unserem Verstand nicht erklären. Nein, man kann sich nur denken, vielleicht gibt es doch irgendetwas, das uns lenkt, unser Schicksal irgendwo besiegelt. Vielleicht haben wir doch, wenn wir auf die Welt kommen, schon das Ablaufdatum am Buckel. Und es war halt noch nicht so weit. Wie gibt es, dass wir beide mehr oder weniger unverletzt überlebt haben, rund um uns Tote gelegen sind, viele, viele Kinder, die in ihrem Leben noch nichts verbrochen haben, sterben mussten. Da frage ich dann nämlich, ist es wirklich Gott, der das so haben will? Oder ist es irgendeine andere Macht, die uns so lenkt? Sprich doch jetzt eher gegen die Macht, die lenkt. Weil ja offensichtlich, wie du sagst, wenn da irgendwelche Kinder, die sich ja den Tod in keiner Weise irgendwie verdient haben oder so, wenn man das überhaupt von irgendjemandem sagen kann. Also ich glaube, mir hat es sehr gefallen, wie du das gleich am Anfang beschrieben hast. Und ich glaube, wir sehen das sehr ähnlich. Du hast gleich von Zufall auch gesprochen und den Begriff verwendet. Und ich glaube, mit diesem Beispiel sieht man das besonders gut. Wenn du sagst, 550 Leute von 600 sind dort gestorben, das muss man sich mal vorstellen. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber natürlich ist es so, die 550, die da katastrophalerweise gestorben sind, ja die können logischerweise heute nicht da sitzen bei uns. Das heißt, die, die man nachher fragen kann, sind halt dann die paar Prozent, die durch ein Riesenglück überlebt haben. Richtig. Ja, die haben auch vielleicht dann nicht die Zufälle gehabt, die es du gehabt hast, dass du überlebt hast, sondern die haben vielleicht genau den anderen Zufall gehabt. Der wollte vielleicht eh aufs Dach gehen. Er hat sich aber gedacht, geh nur mehr zur Massage oder geh runter zum Pool. Ganz genau. Und das Wunder ist dann die Häufung der Zufälle. Das ist das. Das definitiv. Aber irgendwer muss dieses Glück haben. Irgendwer muss halt dann die Person sein, die zu dem Zeitpunkt halt am Dach ist. Und irgendwer muss die Person sein, die halt im Massagestudio gerade dran ist. Warum muss das sein? Naja, weil immer, zu jedem Zeitpunkt, manche Leute in dem Ressort am Dach sind und manche bei der Massage und manchmal, manche... Und wen es dann trifft, das ist halt ein Zufall. Ja, das ist die Statistik. Also ganz egal, zu welchem Zeitpunkt sich diese Katastrophe ereignet. Es wird immer ein paar geben, die halt dann zum Glück davon kommen. Und jetzt ist die Frage, sage ich, das hat einen tieferen Sinn, kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich muss gar nichts. Weil ich kann genau das natürlich auch rein durch Zufall erklären. Und wer dasselbe ein paar Stunden später passiert, dann hätten auch manche Leute überlebt, aber halt wahrscheinlich andere. Aber am Anfang war es so, dass man den Sinn sucht. Keine Frage, weil man denkt... Also wir haben uns halt dann gefragt, warum gerade wir? Und haben wir vielleicht noch irgendetwas in unserem Leben zu erfüllen und zu leisten? Und deshalb sind genau wir überblieben. Und wenn du aber... Du musst aber aufhören. Ich habe dann irgendwann einmal gesagt, jetzt höre ich auf, diesen Sinn zu suchen, weil das bringt ja auch nichts fürs weitere Leben. Irgendwie muss es normal weitergehen, ohne immer nachzudenken, wieso bin es gerade ich? Weil das kann ja umschlagen. Wie lange hast du gebraucht, bist du wieder... Bei mir war das sicher nicht so lang. Das hat sich in den ersten halben Jahren abgespielt. Ja, vor allem wäre es ja auch jetzt falsch zu sagen, die Leute, die da gestorben sind, die waren fertig mit ihrem Leben, die hätten eh keine Aufgabe. Genau, weil du leidest ja, da beginnt ja zu leiden. Ich meine, das kannst du nie sagen. Auch nicht mit den Sterbenden, der mit den Maschinen hängt am Bett, dass der sterben kann, weil er nichts mehr zu erfüllen hat. Eben, das wäre ja auch eine furchtbare Geschichte. Aber ich glaube eher, dass du, weil du sagst, vorher sind Kinder gestorben und so weiter. Also Nummer eins, ich glaube kaum, dass der Gott diese Welle geschickt hat. Das ist einmal das Erste. Das andere ist, wie du sagst, eine Summe der Zufälle ist vielleicht für dir, wenn du es länger betrachtest, von damals den Weg bis heute. Wie hat sich der Weg geändert? Ist der gleich geblieben, wie du damals marschiert bist? Oder hat dein Leben ganz andere Spuren gekriegt? Und ob da nicht da eine Wahrheit zum Suchen ist und zum Sagen eigentlich, wenn mir das nicht passiert wäre, wo wäre ich halt? Welchen Weg wäre ich gegangen? Genau. Und ob da nicht eine Lenkung oder deine Aufgabe noch auf dir zukommt? Ja, die Aufgabe, vielleicht wäre es ein bisschen anders gekommen, vielleicht nicht. Aber persönlich, ich muss es schon sagen, ich habe mir dann gedacht, du musst jeden Tag eigentlich nutzen. Zum Leben. Und schieb nicht viel hinaus, weil was weiß man, was man isst. Genau. Das macht demütig wahrscheinlich. Richtig. Und dankbar natürlich für manches und demütig ein bisschen und ganz bewusst. Wir haben jeden Tag dann nochmal das erste Jahr wirklich genossen. Das ist ein zweiter Geburtsdug. Ja genau, 10, 15 Kilo zugenommen, weil er gesagt hat, das esse ich heute. Völlig egal, was weiß man, ob ich morgen noch was essen kann. Es wird dir bewusst, dass es wirklich von einem Tag am anderen vorbei sein kann. Und wir haben es auch zelebriert. Also wir haben zehn Jahre lang am 6. und 20. Dezember eine sogenannte Tsunami-Party gefeiert. Mit allen Freunden und das Motto der Party war, Essen und Trinken so viel nur geht, wie wenn es der letzte Tag im Leben wäre. Der Reinhard wollte das sagen. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber vom Albert Einstein gibt es den Spruch, der Herrgott würfelt nicht. Und der war ja auch Physiker. Ich glaube schon, das ist meine feste Überzeugung, dass hinter diesen Geschichten oder eigentlich hinter allem, was in unserem Leben passiert, ein Sinn dahinter steht. Nur er ist im Moment nicht greifbar. Und das kann ich jetzt auch nicht beantworten, warum es euch 50 verschont hat und die anderen 550 ums Leben gekommen sind. Nur, aber wie gesagt, ich bin Bauer und jetzt nicht Religionswissenschaftler. Nur ich denke ans, und vielleicht hängt das auch mit dem zusammen, dass ich halt viel in der Natur draußen bin. Ich glaube, wir sehen das immer zu viel auf uns als Person bezogen. Man muss das auch als gesamte Menschheit oder als gesamte Welt sehen. Und da steigt unser Hirn aus, weil das sind so komplexe Vernetzungen, die man einfach nicht erklären können. Aber, und das höre ich auch so aus diesen beiden Geschichten aus, für euch hat das sehr wohl einen Sinn, weil das hat euch ein Leben massiv geprägt und wahrscheinlich auch eine Richtung gegeben, die es sonst nicht kommen wird. Aber du, lieber Reinhard, wirst uns gleich etwas sehr Interessantes erzählen, denn ich weiß nicht, ob Sie wissen oder daran glauben, dass man tatsächlich das Wetter beeinflussen und ändern kann. Das wäre dann wirklich ein Wunder. Und ob es das gibt, darüber reden wir gleich. Wunderbar, dass Sie heute da sind. Wir reden über die Wunder. Es gibt Sie. Meine Gäste haben Sie zum Teil erlebt, auch wenn nicht alle als Wunder bezeichnen diese Dinge, die quasi sich zugetragen haben. Und Franz, dessen Geschichten wir gleich hören werden, sagt, dass das lauter kleine Wunder sind, die ihm widerfahren sind. Carola hat einen schweren Autounfall in Afrika erlebt. Und es war wirklich eine Verkettung glücklicher Umstände, die dazu geführt haben, dass sie überlebt hat, heute hier sitzt. Für sie ist es trotzdem ein Wunder, als Jesus neben ihr gestanden ist und ihr die Päckchen abgenommen hat. Florian sagt, unser Hirn ist wahnsinnig kreativ. Und gewisse Dinge bilden wir uns ein oder wollen wir so sehen. Er ist ein Physiker, aber er sagt, es gibt trotzdem wunderbare Geschichten. Nina hat 2004 den Tsunami überlebt. Damals 50 Menschen in ihrer Hotelanlage haben überlebt. 550 sind gestorben. Für Nina ist es zwar kein Wunder, aber für uns alle ist das wahrscheinlich so. Da war es auch eine Verkettung von glücklichen Zufällen, von Verschiebungen und Vorverlegungen. Und letztendlich hat sie mit ihrem Mann überlebt. Reinhard wird uns gleich die Geschichte des Wetters erzählen. Man kann das Wetter angeblich wirklich beeinflussen. Das hat er erlebt. Ein wahres Wunder. Und Roland ist auch ein bisschen skeptisch. Lebt zwar neben einer Kapelle, wo viele Menschen hinpilgern und an ein Wunder hoffen, mitunter auch vielleicht erleben. Dir selber ist es noch nicht widerfahren. Du bist ein bisschen kritisch. Aber wie gesagt, dicht daneben. Neben der Wunderquelle sozusagen. Reinhard, vielleicht erzählst du uns gleich, was du in Peru erlebt hast. Ich hab 2014 einen Vortrag gehört in Österreich über die Kero-Indianer. Die Keros sind die letzten direkten Nachfahren der Inkas aus Peru. Haben sie vor den Spaniern versteckt in den Bergen und sind auch von den Spaniern nie gefunden worden. Wobei die Spanier sehr bestrebt waren, die Keros zu finden, weil sie ja geglaubt haben, da gibt es diesen sagenumwobenen Schatz des Eldorado. Durch diese Abgeschiedenheit haben sie eine Naturverbundenheit bewahrt, die mir als Bauer einfach, ja, das hat mein Herz berührt. Und ich war jetzt mittlerweile schon dreimal in Peru drüben. Einmal mit meiner Frau und Tochter, einmal nur mit meiner Frau. Und voriges Jahr war ich vier Wochen allein drüben, weil ich einfach gesagt hab, ich möchte in diese Kultur eintauchen und diese Menschen kennenlernen. Und um jetzt dieses Beispiel mit dem Wetter zu erklären oder zu schildern. Ihr müsst euch vorstellen, ihre Dörfer sind auf ca. 4500 Meter Seehöhe. Sie leben dort oben von der Alpaka-Zucht. und gehen mit ihren Herden hinauf bis auf 6000 Meter. Und das in extrem schroffen, schweren Gelände. Und wenn sie jetzt zum Beispiel in ein Unwetter kommen würden, dann wäre das für sie lebensbedrohlich. Und durch diese Naturverbundenheit, die sie haben, beherrschen sie es in Notsituationen. Also die Indianer machen das nie aus Jux oder Tollerei, sondern in Notsituationen. Wenn es darum geht, Mensch und Tier wieder sicher hinunterzubringen ins Dorf, dann können sie dieses Wetterereignis verzögern oder abhalten, so lange, bis sie wieder in Sicherheit sind. Wie machen die das? Wie machen sie das? Sie verbinden sich mit ihren Verbündeten. Das sind die Apus, das sind ihre Bergwesen oder Berggeister. Und das ist Batschamama, Mutter Erde, würden wir sagen. Und nachdem sie diese Ursprünglichkeit noch leben, brauchen die jetzt nicht ein großes Tamtam, sondern sie können einfach in dem Moment der Gefahr, in einen, ich würde es jetzt sagen, in einen Art rituellen Trance-Zustand gehen und in diesem Zustand das Wetter so weit beeinflussen, dass sie sicher hinunterkommen. Und das hast du erlebt? Das habe ich mit eigenen Augen erlebt. Wir waren in Ticahuerta. Das ist eine der ersten Inka-Städte, noch viel älter wie Machu Picchu. Und da war es wirklich gefährlich und schroff. Und es hat stark zum Regnen angefangen. Und ich sage mal, sie haben einfach auch das Bedürfnis gehabt, uns sicher hinunterzubringen. Und ich kann es jetzt nur schildern. Es war wirklich eine dunkle Regenwolke. Und meine Freunde haben dann ein einfaches Ritual gemacht, in dem sie einfach die Luft geblasen haben. Innerhalb von nicht einmal einer halben Minute war hinter uns der Himmel schon blau. Darf ich noch eins weiter erzählen, weil das dann für die Diskussion interessant ist. Für uns ist das jetzt ein unerklärliches Phänomen oder ein Wunder. Für die Kairos ist es Technik. Sie haben das einfach gelernt, so zu leben, so zu kommunizieren, dass sie wissen, in dieser oder dieser Situation habe ich das oder das zu tun, um dieses Ereignis oder Ergebnis herbeizuführen. Sie würden das nie als Wunder bezeichnen. So, Florian und Herr Roland. Da sind wir jetzt natürlich in einem Bereich, wo es nicht mehr bloß um Wunder geht, im Sinn von einer wunderbaren Geschichte, sondern da haben wir jetzt wirklich eine Behauptung, die den Naturgesetzen zu widersprechen scheint. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Wenn man jetzt sagt, die Regenwolke ist weggegangen, es hat nicht zum Schütten angefangen, weil da eben jemand so ein Ritual gemacht hat, ist natürlich die entscheidende Frage, na ja, aber woher will ich wissen, dass es nicht genauso gewesen wäre, wenn man das Ritual nicht gemacht hätte. Das ist halt schwer zu überprüfen. Man könnte das wissenschaftlich untersuchen. Man könnte sagen, wir machen das 200 Mal und dokumentieren das genau und schauen, in welcher Situation sich das Wetter dort genau wie entwickelt. Und dann schauen wir, ob es statistisch gesehen einen Unterschied gibt zwischen den Fällen, wo man das Ritual gemacht hat und den Fällen, wo man kein Ritual gemacht hat. Das wäre so die wissenschaftliche Herangehensweise. Und ich bin ziemlich sicher, dass dabei herauskommen würde, nein, es macht keinen Unterschied. Ich warne halt schon ein bisschen davor zu glauben, dass man mit Ritualen, so sehr ich Rituale auch schätze und für wichtig halte, wirklich jetzt in die Natur eingreifen kann. Interessant wäre es, ob diese Menschen erzählen, dass das immer funktioniert. Das wäre interessant, ne? Also das, ob die Keros-Varii... Wenn das immer funktionieren würde, dann würden nicht Alpakas abstürzen und ums Leben kommen. Okay, also war das vielleicht doch auch... Nein, nur ich möchte da eins schon dazu sagen. Wir reden sehr leichtfertig von Naturgesetzen. Ich habe auch eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich möchte das Beispiel anhand des Bodens bringen. Du hast im Boden 100 Faktoren. Wahrscheinlich viel, viel mehr. Aber nur, dass wir es mitdenken können. Ich habe 100 Faktoren, die ineinander in Wechselwirkung stehen. Boden, Temperatur, Feuchtigkeit, das ganze Bodenleben und, und, und. Was macht die Wissenschaft? Die Wissenschaft bildet ein Modell, nimmt sich fünf Faktoren heraus, macht eine Versuchsreihe und dann eine statistische Auswertung und sagt, das ist jetzt hochsignifikant oder weniger signifikanter Zusammenhang. Das ist nur ein Modell. Weil die 95 anderen Faktoren gar nicht mitberücksichtigt werden. Und gerade in der Natur spricht man ja oft von Wundern, wenn irgendwo, also durch den Asphalt eine Blume durchkommt oder so. Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist ein Wunder. Ich stehe dazu. Das ist wunderbar. Das heißt aber nicht, dass es übernatürlich, übersinnlich ist oder gegen Naturgesetzen. Der Roland will das sagen. Ich denke mir zum Beispiel, so wie bei den Keros, wie du das erzählt hast, die sehen eine Wolke rübergezogen. Bei uns war es ja vor 50, 100 Jahren ja auch nicht anders. Wenn ein Gewitter aufgezogen ist, hat es geheißen, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Mittlerweile ist mir draufgekommen, der Blitzschlag da und dort. Und eben wie der Florian sagt, man müsste das wirklich statistisch hinterfragen, weil wenn man denkt, man hat ein Wetterereignis gehabt in Spitz, wo quasi ein Hagelsturm die komplette Weinernte vernichtet hat. Und wenn das wirklich so funktionieren würde, weil man versucht es eh mit den Hagelfliegern zum Beispiel, dass man sowas abwendet, wenn sowas wirklich funktionieren würde, zu 100 Prozent, dann hätte jedes Weinbaugebiet ein Kero, die die Wolken da. Aber du, mein lieber Freund, sitzt da quasi an einer vermeintlichen Wunderquelle. Wo ist das? Oder was passiert dort? Unsere Quelle ist erstmals urkundlich erwähnt worden 1640. Und 1806 ist ein Bauer vorbeigekommen und der hat an einer melancholischen Krankheit gelitten. Man würde halt sagen Depression, Burnout wahrscheinlich. Und ist, hat von der Quelle getrunken, ist er geheilt worden und hat dort einen Bildstock gerichtet. Und ein paar Jahre später ist er vor einem Nachbarbauernhof, der Kotbauer, das ist in einem Waldgebiet, also das ist ungefähr eine Luftlinie einen Kilometer weg, ist da hingegangen, hat sich dort die Augen ausgewaschen, weil er ein Augenleiden gehabt hat und ist dann wieder sehend worden. Und hat dann als Dank, dass er wieder sehend worden ist, 1800, 1900 hat er Kapelle errichtet und das hat sich dann eigentlich, es ist immer größer, größer, größer geworden und das hat sich dann bei uns eingebürgert in der Region, also wie so eine kleine Wallfahrtsorte, da kommen die Leute hin zum Augenauswaschen und es gibt belegt, also auch von den 60er Jahren, wirklich Leute, die geheilt worden sind. Mich hat das nicht in Ruhe lassen, ich habe das auch eben hinterfragen wollen, da bin ich von Florian an seiner Seite, wir haben das Wasser überprüfen lassen, unser Wasser ist auch im Gasthaus, also wir hängen direkt an der Quelle dran. Was steckt dahinter? Das Wasser kommt direkt aus dem Felsen raus, das ist ein riesen Granitblock quasi, der Hügel, also der Berg, was hinter uns ist und das Wasser wird dadurch gefiltert und das kommt extrem rein raus aus dem Felsen. Also wenn man jetzt dem Augen, also ein Augenleiden hat, eine Entzündung und man bringt das Wasser rein und wascht sich das aus und man bringt keine neuen Bakterien nichts rein, sondern man wascht wirklich den Schmutz, den man im Auge hat, raus, ohne dass man was Neues reinbringt. Und das ist eigentlich die logische Erklärung und wir haben da mit Spezialisten drüber geredet und so ist das eigentlich zum Hinterfragen und es funktioniert auch. Wo ist das? Zwischen Melk und Ips, Gramm Nussbaum. Und du hast ja oft die Augen gewaschen, aber Brühen... Ja, ich meine, ich müsste jetzt ja den Brühen aber gehen, weil sonst sind wir geschäftsschädigend oder was. Aber das sind ganz interessante Phänomene. Man kennt das ja von unterschiedlichen Orten, zum Beispiel aus Lourdes, wo tausende Leute ständig hinfahren, um sich von irgendwelchen Leiden erlösen zu lassen. Und das ist interessant, weil das ist wissenschaftlich ganz gut untersucht. Warte, bevor du weiterredest. Merk dir deine Worte. Lassen wir uns zuerst den Franz erzählen, der nämlich nicht nach Lourdes, sondern nach Medjugorje, glaube ich. Auch egal, Lourdes war ja auch schon. Lourdes war Haku. Aber die Wissenschaft kann viel nicht erklären und dann suchen sie halt einen Fall. Was hast du erlebt? Und wie er schon gesagt hat, fünf Ursachen wurden untersucht von der Wissenschaft, fünf Pakete wurden geschnürt, fünf Ergebnisse gibt es. Und die 95 anderen Ursachen, die tatsächlich vielleicht Ursachen sind, werden nicht berücksichtigt. So blöd ist die Wissenschaft. Das schaut man sich schon an, was man alles berücksichtigt muss. Ja, aber im Grundsatz ist es so. Aber erzählst du, was dir widerfahren ist oder welche Wunder du erlebst? Ja, Wunder. Also wenn man die Augen offen hat, hat man sehr oft ein Wunder. Und so wie es dir passiert ist, was du gar nicht weißt, bist du jetzt übergeblieben, dass man das so sagen darf, die anderen haben leider müssen sterben. Und das geht so dahin und du sagst ja, klick. Aber du hast im Leben Wunder hinterher gedacht, weil dann kannst du das besser aufarbeiten. Mir ist einiges passiert, wo ich persönlich den Weg ganz anderen gefunden hätte, wenn das aufgegangen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, was ein Wunder ist, wie hat es einmal am 1. April in den 90 Jahren, war ich auf dem Bau, auf so einer Forstflossen gebaut und da habe ich eine riesen Wand gehabt. Die Arbeit so dahin und schau mal hin, kommt die ganze Wand auf mir drauf. Hat es mich verschüttet. Da ist es umgegangen, das kann man gar nicht nachvollziehen. Und da kommt das Wunder dann wirklich ins Spiel. Die Baumaschinen, also die Kabine ist so umgegangen. Alle Scheiben waren hin. Nur die eine Scheibe, wo ich gesessen bin, das war die Scheiben, die ist ganz geblieben. Ich habe dann die Kurven geratzt und habe dann nachher rausflüchten können. Dann das Nächste, was es ist, also das so wie der Fußsockel von der Barbara, ist ein Felsnosen auf hunderte Kilometer. Und mein Parka durch die Wucht dieses Erdfalls hat es natürlich auch mit rausgeschoben. Und wenn ich da drüber gekommen wäre, dann wäre es ins Tal gegangen. Also dafür hätten wir uns leider nicht kennen gelernt. Aber warum stehe ich genau jetzt auf der Felsnosen? Ein Schritt weiter vorne, weiter dort gewesen. Das ist genau der Punkt. Das passiert vielleicht 500 Leute. Es passiert mehrere, nicht dasselbe, aber so etwas Ähnliches. Bei 499 geht es schief, ne? Genau. Die meisten haben... Glaub ich nicht. Der Kerz hat die anderen. Und der eine, bei dem es halt zufällig, durch eine Verkettung von Zufällen, dass diese Scheibe ganz bleibt, dass da die Felsen... Ja, gut. Das ist halt der, der heute da sitzt und drüber reden kann. Das ist die wissenschaftliche Erklärung. Ich habe einen Chef gehabt, von dem ich glaube, er ist nicht gläubig oder so, oder hätte mir nicht aufgefallen, sag ich mal. Und dann hat er gesagt, ich kann natürlich heimgehen, weil so ein Schock und so weiter und so fort. Und dann sag ich, wenn ich heute von meinem Missgeschick davonlaufe, laufe ich morgen erst recht davon. Also bleibe ich. So habe ich meine Baumaschine mit einem angekommenen Eigenpacker ausgeroben. Und dann haben wir ihn geborgen und dann haben wir ihn halt einmal entrümpelt vom ganzen Gestein und dann steht die Tür so offen. Dann sagt der Chef zu mir, Franz, jetzt weiß ich, warum da nichts passiert ist. Weil da ist mein Schutzenkel gepickt, den ich immer mit habe. Und da sind wir dann jetzt wieder bei Aufpasser und Wunder. Ja, aber den Schutzenkel gepickt haben sicher auch schon viele Leute gepickt, bei denen es nicht gut ausgegangen ist. Das weiß ich nicht. Ja, das bin ich sicher. Dein Erlebnis des Erlebnisses. Ich kann nicht sagen, ich bin froh, dass ich jetzt ein überlebt habe. Hinterher haben sie mit einem Dorf unten prügelt oder ich habe was anderes erleben müssen. Muss ich jetzt froh sein, dass ich nicht sterben kann. Aber Franz, da waren viele Dinge, wo du dir denkst, wo ich nur eine Stunde früher, wo ich hingefahren wäre, war ich verunglückt. Solche Sachen, wo man sich denkt, das ist das gleiche Erlebnis wie du mit der Zeit. Wir haben ein ganzes Transportunternehmen mit Reisenden, mit Reisegästen natürlich, mit dem Busunternehmen. Und da sind wir im Bosnienkrieg in Medjugorje gewesen. Also das hat mein Vater erlebt, da war ich nicht persönlich dabei. Aber das ist auch eindeutig ganz schwer zu erklären. Ein Fahrgast, da hat man ja nicht so in einem Hotel genächtigt, wie jetzt üblich ist, sondern hat man in mehreren Häusern genächtigt. Und ein Fahrgast kommt nicht. Jetzt suchen wir ihn. Kein Telefon, so wie heute, das ist schon alles ganz einfacher. Und noch mehr wie eine Stunde ist er auftaucht, hat natürlich verschlafen. Und wir sind dann halt gefahren. Natürlich hat es uns alle nicht daug. Eine Stunde, weißt du, du musst dir gewisse gefährliche Gebiete durch und du bist froh, wenn du weg bist. Und dann, wenn sie in Zara oben zugekommen, war gerade der Angriff vorbei. Also das hätte geheißen, wenn sie um Punktum weggefahren wären, dann wären sie mittendrin und was. Wie das dann ausgegangen ist, ist natürlich auch wissenschaftliche Verkältung von unglücklichen Zufällen. Oder die ist in der. Aber ich glaube überhaupt nicht. Also schon langsam habe ich immer mehr das Gefühl, es gibt wirklich Menschen oder Menschengruppen, wie auch immer, die haben noch etwas zu erfüllen im Leben. Ganz sicher. Weil ich habe auch mehrere Geschichten, es ist nicht meine einzige. Und meine Frage ist, ich habe ein Flugzeug, eine Notlandung unterbrockt, wo wir gelost haben. Ich bin ähnlich im Flugzeug von Nizza nach Paris geflogen, zeitig in der Früh, beziehungsweise dann nicht um sieben in der Früh abgeflogen, weil wir mussten alle aus dem Flugzeug noch einmal raus, weil Bombenalarm war. Wir haben eine Stunde lang dieses Flugzeug gecheckt, haben uns dasselbe wieder hineingestellt und uns nach Paris geschickt. Und in Paris im Hotel drehen wir den Fernseher auf, war um elf am Vormittag ein Terroranschlag, waren sechs Terroristen erschossen und am Nizza Flughafen war einfach eine Ausnahmesituation. Und wir waren aber zum Glück noch in der Maschine, die vor dem ganzen Wahnsinn dann doch abfliegen hat dürfen. Carola, wollte was sagen? Ich habe eine Frage, warum tun Sie so viel Gegenstimmen auf, wenn es um Glauben und um Wunder geht? Ich glaube, wenn man überall so einen tieferen Sinn, eine Bedeutung, einen Grund rein interpretieren möchte und von Wundern spricht, dann tut man der Natur auch ein bisschen unrecht. Denn die Natur, so wie wir sie verstehen können als Menschen, ist wunderbar genug. Es ist doch alles voller Wunder. Wenn ich durch den Wald gehe, allein, dass es mich gibt, ist ein Wunder. Dass da Bäume stehen, dass da Blumen wachsen, es ist ein Wunder. Überall Wunder. Das heißt nicht, dass wir die Naturgesetze infrage stellen müssen. Das heißt nicht, dass es irgendwas Übernatürliches ist, sondern das, was wir durchaus wissenschaftlich, rational fassen können, ist doch für uns Wunder genug. Würde das unser Experte, der Magister Dr. Martin Willinger, auch so sehen? Was wird als Wunder bezeichnet? Naja, zum ersten Dinge, die wir uns nicht erklären können. Wir haben gehört, dass hier einfach nicht klar ist, warum es passiert ist und dann bezeichnen wir es als Wunder. Es ist erstaunlich, es verblüfft uns. Und eine zweite Dimension, es ist etwas, das entweder den Naturgesetzen widerspricht, was wir sagen, das kann eigentlich so nicht sein, das muss ein Wunder sein. Oder vielleicht auch unseren eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben in einigen Bereichen. Sondern dann geht vielleicht noch einmal so eine Schere auf, nämlich die, die eine Begründung dafür sehen, möglicherweise im Glauben, möglicherweise im Übernatürlichen. Und manche andere, die es vielleicht dann als Zufall oder übernatürlicher Zufall hier sehen, die aber dadurch vielleicht jetzt nicht eine höhere Macht mit darin sehen. Aber gibt es irgendwo auch unter Anführungszeichen Wunder, wo die Wissenschaft das als solche erachtet, weil sie halt, weil sie scheitert an Erklärungen? Also der Begriff, der Begriff Wunder wird wahrscheinlich schwer in der Wissenschaft zu verwenden sein. Aber ja, ich glaube auch, es gibt Dinge, die wir a, entweder wissenschaftlich nicht oder noch nicht erklären können. Zum Beispiel aus der Flemming, dass Benicillin gefunden hat. Das war schon ein Wunder. Na, selbstverständlich. Ein Zufall, also ein Botschert, Schlampigkeit, aber letztendlich ein Wunder. Also Dinge, die wir damals noch nicht gewusst haben, die wir heute erkennen und so werden wir auch davon ausgehen können, dass in den nächsten 100, 200, 500, 100.000 Jahren auch weitere Erkenntnisse kommen, die wir heute noch nicht wissen. Und gerade in der Medizin, wenn wir uns anschauen, da gibt es Verläufe, die nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten sind. Und wir sagen, okay, bei den und den Diagnosen, bei den und den Werten ist mit einer hohen Wahrscheinlich davon auszugehen, dass das und das passiert. Aber es gibt dann auch wenige einzelne Fälle, die anders verlaufen. Das weiß die Medizin auch. Und da sprechen wir halt langläufig von einem Wunder. Aber es ist halt ein Ausreißer von einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Jetzt haben viele, ich glaube, die Nina hat es auch erklärt oder gesagt oder glaubt daran, dass möglicherweise es doch so ist, dass man etwas überlebt, irgendein Schicksalsschlag, ein Unglück, weil man noch etwas zu erledigen hat. Kann man das so sehen? Sehen kann man alles. Aber vielleicht unterscheiden wir zwei Dinge. Das eine ist, was ist tatsächlich passiert? Dass eben eine Verkettung von Umständen, die möglicherweise eine geringe Wahrscheinlichkeit gehabt haben. Wie oft verschläft die Nina normalerweise? Vielleicht sehr selten. Wie oft ist ein Massagetermin ausgemacht? Vielleicht auch sehr selten. Da kommen schon zwei seltene Erlebnisse zusammen und so ergibt das eigentlich ein Szenario, das eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Aber nahezu jedes Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit. Und dieser Ablauf, den würden wir sagen, ist eine Ausnahme vielleicht vom Mainstream aus dem Leben der Nina. Jetzt haben wir das Zweite. Das ist, dieses Erlebnis zu interpretieren. Und das sind zwei Dinge. Das eine sind die Fakten und das andere ist die Einschätzung und die Interpretation. Und die Interpretation kann jetzt aus dem Glauben heraus sein. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass ich noch etwas erledigen muss, dass es noch einen Auftrag für mich gibt. Das wird jede Person, und da will ich eigentlich nicht urteilen, sondern es muss jede Person für sich selbst sehen, wie interpretiere ich diesen Fall. Und natürlich suchen Menschen nach Interpretationen. Vor allem bei Carola und vor allem auch bei Nina sind das traumatische Erlebnisse. Also das lässt ja niemanden kalt. Man kommt zurück und ist verändert in der Psyche des Menschen. Das sind ja Todeserlebnisse oder Nahtoderlebnisse, die hier erlebt werden. Und dass das dann irgendwo eingeordnet werden muss, wieso ist das so? Ich brauche eine Antwort dafür, dass ich etwas ganz normales, was wir auch gut brauchen, um damit weiterleben zu können. Und welchen Weg die einzelne Person findet, das ist etwas Individuelles. Dankeschön, lieber Mag. Dr. Martin Fehlinger. Ich bedanke mich bei euch für eure wirklich sehr schönen, lehrreichen, spannenden Geschichten. Und ich glaube, Erich Kästner hat das einmal sehr schön diplomatisch und weise formuliert. Er hat mal gesagt, Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Danke fürs Zuschauen. Papa. Sie lieben Österreich und ganz besonders Ihr Bundesland? Lassen Sie uns wissen, warum, wenn es heisst Wiener Schmäh und Steirer Herz. So viel Charme hat Österreich. Wenn will my life be a walk on my lap? When are you gonna be mine?